guten morgen mein liebter uns geht schon ziemlich lustig der tag los der papa schneidet nämlich gerade sein video habt ihr vielleicht schon gesehen am montag und zwar wo er 3000 mal in kamera gesprochen hat und sich immer versprochen hat nicht leicht diesen mist dann auch zu schneiden ist lustig oder jetzt ist verschwommen drüber hast den falschen titel genommen schätzt du musst lieber hier suchen im abspann erinnern aufbau und abbau finde ich besser nimmt über eigene und dann kannst du da doppelklick machen kannst du es hier verschieben und wenn du es dann so hier könntest du dann den text in der größe farbe textarten so ja und ich zeige euch mal unsere diese zwei grauen wir haben auch zwei graue wir hatten zwei graue eine schon gestorben diese zwei werden mal graue hühner und machen grüne eier die nennen grünleger und diese werden schwarz und wir machen braune eier machen braune eier ja das haben wir schon zu hause hier machen wir wieder zu ich zeige euch mal wie diese eier ausschauen wir haben ja auch eine schwarze haben wir keine von den eiern haben wir keine braunen eier mehr grüne zum herzeigen jetzt ein bisschen versteckt aber sag ich das mal hier so schon die braunen aus und das so schon die grünen aus grüne ich meine weiß nicht ob man den unterschied erkennt aber ich denke schon weiß grün so schauen die dann aus und die anderen werden dann braun und ich werde auf jeden fall mal den papa in ruhe sein lustiges video schneiden lassen ich habe mir auch schon ein café gemacht und werde ins büro rüber gehen weil ich muss ein paar rechnungen noch schreiben die der papa noch einsortieren muss und danach schauen wir mal habe sicher noch genug zu tun deswegen ins büro hier wird schon auf mich gewarnt wartest du auf die mama hat sich gemütlich gemacht die sophie ist auch hier natürlich jetzt bin ich hier im büro jetzt werde ich ein bisschen arbeiten und man merkt mich dann einfach ein bisschen später nachdem ich die ganzen rechnungen geschrieben haben kurze pause vom loggen da ist die kleine besser besser mich aber war ein bisschen schlechter morgen aber jetzt geht es wir wollten jetzt eigentlich die lager auf die kleine lager sie lief lager heute kommt eine freundin die lille kommt heute und du schläfst noch die lisa mag die küken an zu haben aber leck mal vor dem boden die kommt jetzt ja die kleine knochen hallo meine kleine typen noch ein airpod ein airpod ja sehr gut gestern am abend haben sie voll geschrieben weil sie hunderschöne hat die kleine netz hier zu meinen sonnenplatz gebracht wie sie mal gucken und ich muss noch unser bett machen klar ist jetzt auch endlich war klar du kannst dann der lille deine deine küken zeigen ja die liebe liebe zu hause so viele büro die liebe 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 das mal das bild machen wir haben jetzt lachers bett gemacht weil die freundin kommt ja heute wo ist die laura und laura macht ihr unter dem bett ordnung hast du ordnung gemacht ich komme im waschsalon diamanta bei uns rennt die waschmaschine gefühlt jeden tag oder wir haben immer einen haufen an wäsche mich hier übrigens neben mir und räumt ihren kramsäcke mich alle mich auf bekneken hat sie sich gekauft weil wir haben so ein dm haul gedreht hat mal rüber auf ihrem kanal und ja mädchen zeugs halt aber keine sorge sie rennt mit diesen nägeln nicht auf der straße rum oder so oder machst du ja manchmal 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 so also das haben wir alle schreibt es mal unter den kommentaren weise das auch gemacht weil ich habe das fix genau als ihr kleines mädchen war habe ich mit ticshow also auf den nägeln geklebt habe aber vor und drunter noch ein papier getan damit und dann habe ich so getan was wenn sie so lang werden das habe ich auch auf ticshow gemacht ja also falls ihr das auch gemacht habt dann schreibt es mal unten in die kommentare ich glaube jedes mädchen träumt von langen nägeln und dann ja die waschmaschine rennt und die lara hat mich jetzt zum saubermachen verdonnert sie hat gesagt mama du musst hier noch den schmutz wegsaugen deswegen habe ich jetzt meinen taupensaugern geholt ich habe jetzt den dyson v11 und der ist so cool ich kann bei euch liebe den wir haben den jetzt schon ein paar tage eine woche vielleicht schon ganz so nicht ganz weiß nicht genau auf jeden fall so gut er sagt so toll also das ist wirklich ein wahnsinn und ja bei uns wie ihr seht sammelt sich da was an bei so vielen mädels mit langen haaren und tieren und ich werde auf jeden fall mal hier bei der lara ein bisschen saugen das ist eigentlich eh nicht so schlimm schmutzig aber wenn besuch kommt muss man nämlich extra sauber machen deswegen let's go heute gab es mal ein langweiliges frühstück also naja verglichen mit den anderen von dir der papa hat sich übrigens letztens richtig färperan ja da war aber zu einem agerblase gab es mir so weiter jetzt muss er noch zum arzt oder ist eine antiseptische salve hey beatbox lara so nach dem frühstück ich sage mal hallo wie ein bild hallo baby ich glaube viele würden sich gar nicht trauen das zu zeigen aber das gehört irgendwie dazu und ja ich zeige euch dass das irgendwie herzig aus die zwei sitzen da nämlich am ipad nebeneinander und spielen ein bisschen was spielen so ein lernspiel die luise hat so ein spiel wo ich so ein abo dafür habe das ist einfach so ein spiel für ganz kleine ja süß okay und die lara spielt auch was süße das machen wir ab und zu dass die kinder dann hier am ipad ein bisschen spielen dürfen aber auch nicht immer weil die luise zum beispiel auch gar nicht immer lust hat die lara wird viel mehr lust haben natürlich weil sie auch viel älter ist und andere spiele spielen kann aber jetzt hat sich das irgendwie gerade so angeboten muss ein bisschen spielen das heißt der papa kann in ruhe ein video weiter schneiden ich muss auch noch mal ins büro da noch was zu erledigen tschüss mama und danach wenn wir fertig sind gehen wir dann mit den kindern in den garten hier ist der papa noch hoch konzentriert hört nichts hat jetzt ganz laut gemacht so ich gehe jetzt ins büro ja peace out ja also hier bin ich die tür bleibt natürlich offen dass ich die kleinen höre weil der papa hat die kopfhörer drauf und ja schreibt mal unten in die kommentare falls ihr auch ein ipad zu hause habt und wie oft ein kind das spielen darf und ob ihr das entspannt seht ich weiß ich habe öfter mal blöde kommentare bekommen zu elektronik aber das ist halt so es gibt natürlich leute die haben elektronik zu hause verwenden es auch gibt leute die das nicht befürworten deswegen ich finde es nicht schlimm wenn leute das also wenn es verschiedene meinungen dazu gibt ich sage immer so es darf verschiedene meinungen geben es muss aber einen einheitlichen respektvollen umgang miteinander geben ich stehe dem ganzen ziemlich offen gegenüber ich denke mal so alles mit maß ist es kein problem die kinder heutzutage können ja super gut damit umgehen und lernen das total schnell das ist sicher auch für später sehr wichtig dass sie natürlich diese ganzen technischen sachen auch beherrschen und sie lernen ja auch gewisse sachen ich glaube sie verblöden ja nicht durch wenn sie jetzt nur youtube schauen das haben wir natürlich schon unter kontrolle die menschen die luise und die lara dürfen natürlich youtube kids auch ab und zu schauen aber wenn sie da jetzt so spielen irgendein lernspiel dann finde ich das absolut okay und während wir hier ein bisschen noch was arbeiten bis wir dann in den garten gehen und so schaut arbeit mit kind aus trotz ipad ist sie nach fünf minuten jetzt gekommen hast du lange gearbeitet auf dem ipad und was willst du von mir was weil du schon große baby bist so wir bringen jetzt die küken raus gefällt dir meine stimme du bist ein kükenkopf komm ha danke schöner haxl haxl wir bringen die küken raus ja sind die süß ich finde die hundertschön hundertschön? die lara findet sie hundertschön was essen die da? der papa hat ihnen da was so zermatscht was denn? ja so Polente was? was ist das für eine geile frise michelle? ja bist du? ist das deine lernfrisur? mit stifthalt oder du machst dir gerade locken? ich dachte du lernst habe ich, mache ich ja die machen wir auch noch ein bisschen nicht sie sind Angst haben sie sind Angst haben sie sind Angst haben sie sind Angstküken oh ich bin ein Hirte oh süß wir schauen mal ob die Wäsche schon fertig ist so schaut auf jeden Fall gut aus die Wäsche ist fertig muss jetzt noch umgeladen werden in den Trockner und dann werde ich wahrscheinlich nochmal hier weiße Wäsche waschen wir sind hier in der Hot Dogs Station ich mache jetzt die Hot Dogs für die Kinder auch das ist einmal für die Lara und die Lili die wollen nur mit Peter so für die Luise mache ich auch einen ist die eine Gabel? so wir sitzen jetzt im Garten schaut uns mein Essen aus schauen wir mal ob ich das schaffe immer ein bisschen zu viel aufgetan da der Patrick ja nicht mit ist der ist was anderes ist für uns heute mehr übergeblieben ja wir werden jetzt einmal hier mit den Mädels außen essen so meine Lieben mittlerweile ist schon Abend bei uns und wir machen jetzt gerade fröhlich Wäsche der Papa wollte sich übrigens bedanken Mama! Mama! ja? ja ja schön schön für die voll viele lieben Kommentare und er hat gesagt morgen gibt es wieder Vlogs mir mit Papa mit Versprechen also das ist nicht schwer zu machen weil 90% würde ich immer so die Sophie hat nämlich so lange zotteln und ähm wenn sie jetzt das Geschäft erledigt dann passen sie sich unten rum ein bisschen an der Patrick ist gerade dabei sie zu waschen morgen musst du die Sophie ähm ähm es ist um 17 morgen musst du die Sophie rasieren bitte ich habe extra beim Amazon so einen Haarschneidertrimmer für Hunde gekauft du findest mir nur Aufgang wieso? das muss sein Schatz der Patrick wartet komm auf was wartet? auf dich der Patrick Papa kommt schon so meine Lieben wir werden auf jeden Fall jetzt die Wäsche die Wäsche falten und ähm ja ich werde mich jetzt auch vom Vlog verabschieden so danke fürs Zuschauen meine Lieben morgen wieder mit Papa Sophie ja also tschüss danke fürs Zuschauen bis morgen tschüss dass doch doch v und du und den du du dum